Im Namen von BMP Paribas danke ich der Familie Strumpf für eine wunderbare Plattform, die sie geschaffen haben vor zehn Jahren und die sich mittlerweile als jährliches Marktevent etablieren konnte, wo auf der einen Seite institutionelle Investoren zusammenkommen mit KVG und Verwahrstellen und sonstigen Providern aus der Immobilienumgebung. Hier kann die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilienindustrie, kommt hier in Königstein einmal im Jahr zusammen und taucht sich aus über die aktuellen Trends. Hier heute ganz besonders ist mir aufgefallen, der Fokus war sicherlich sehr stark auf dem Thema Nachhaltigkeit. Wie setzen wir an den unterschiedlichsten Stellen der Wertschöpfungskette Nachhaltigkeit um? Welche Kosten entstehen dadurch? Wie stark, wenn überhaupt, wird Rendite dadurch beeinflusst? Wie vermeiden wir Stranded Assets? Was sind die regulatorischen Entwicklungen, die wir in der Immobilienbranche auf dem Schirm haben müssen? Und wie sieht die unmittelbare Zukunft aus? Und ich glaube, wir haben ein Purpourri von ganz tollen Vorträgen genießen können und alle hatten einen gemeinsamen Kennenner. Nachhaltigkeit bleibt und die Immobilienbranche wird weiterhin viele Jahre Wachstum vor sich haben. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!